Ich fahr nicht in einer Nähe, ich kann nichts dafür. Wir müssen helfen. Ich hoffe, dass sie das auch gedacht haben. Du warst richtig über Wittmann, aber... Du hast gesehen, die Wälder, die sie besuchen. Any craft, die da nahe. Es gab Wissenschaften hier während der Weltwahr II. Und sie glaubten, die Wälder waren kontrolliert von etwas in einer Ritual-Chamber, neben dem Monastery. Ich habe nicht alle Antworten. Aber Sand, ich weiß, dass es linkiert ist. Und wenn wir hier versuchen, ohne zu verstehen, warum, dann wir alle sterben. Wie die Piloten. Wie Roth. Wie Roth. Schau. Was alles passiert hier, Lara hat einen Schuss. Wir können nicht zurückkommen, es wird ein Schuss. Sie werden sie nicht dort nehmen. Sie werden sie in der Ritual-Chamber. Wir können diese Flügel-Chamber nutzen. Schau, ich weiß, dass du nach Hause willst. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, aber das Gespräch ist noch nicht vorbei. Ich bin nicht gefragt, Reyes, ich möchte, dich zu vertrauen. Okay. Lass uns das Ding in die Wälder holen. Na, also, war das jetzt zu schwer? Ja, ich bin fertig. So. Bei mir ist, können wir starten. Worauf warten wir noch? Ja, das ist ein Schuss. Ja, das ist ein Schuss. Ja, das ist ein Schuss. Ich schätze mal, er möchte die Seele in einen neuen Körper stecken. Ich schätze mal, wir gehen. Nein, ich brauche dich und Reyes zu stecken, während ich nach Sam gehen. Ja, das ist schon ein goodbye, nur dass wir nicht sterben, sondern ihr. Deine Tochter wird eine Weisin sein. Das hoffen wir einfach mal nicht. Ach Gott, hier weht es schon wieder, hier ist wieder so ein windiger Palast. Ein Windbeutel. Ein Windkanal. So. Gut, ich sehe hier überhaupt nichts. Wir können hier nicht weiter, wir kommen hier nicht weiter, wir machen hier Schluss. Nein, natürlich. Ich sehe, dass wir hier weitermachen können. Oh, und Hochtang. Hier ist doch eben noch Wind durchgeblasen. Naja. Egal. Wir nehmen das einfach so hin, wir stellen keine Fragen. Oh. Da ist er ja, Matthias, dieser Krüppel. Okay. Warum ist denn der nicht tot? Halt? Wie macht ihr mit Menschen? Wer sind diese? Die Sturmgeist. Die Menschen. Sie schützen die Monasterie. Sie warten nur um sich zu der neue Königin, der sie zurückgebracht hat. Natürlich, natürlich. Ich habe diese Archaik-Tribbe schon erlebt. Wir holen ein paar Worte. James. Was ist er? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme zu Ihnen in Ordnung. Ich bringe Sie Ihre neue Königin. Oh, nein. Ihre Königin. Was ist es in Japan? Ihr... Ihr... Joe. Nein! 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 Stop! Nein! Nein! Dieser Vollidiot ey. Dieser Vollidiot. Dieser Vollidiot. So. Wo geht's lang? Der Schutt bildet eine Rampe, wie schon. Boston Low in The Dick, sagt er. Festung an der Schlucht. Na dann. Durchzug es. Ist ja schön, das sind natürlich... Die sehen bestimmt auch richtig lecker aus, ohne ihre Masken. Und was sind jetzt die Onis? Sind das auch so eine Stormguard-Geschichten? Haben wir gerade die Tür vor mir zugemacht? Ihr Vollidioten. Na dann. Dann kommen wir ja hier schön weiter. Die Frage, hätte ich die vielleicht gleich abknallen sollen, die Typen? Ach, wenn ich das soll, dann kommen die bestimmt nochmal. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Da sind sie ja. Oh nie. Äh. Sind die fett. Ob die mich sehen, wenn ich hier langlaufe? Ich hoffe nicht. Was ist denn hier los? Ihr hört euch ja an wie so... Wie in der Raubtierfütterung. Was tust du? Was tut ihr? Was tut ihr? Was tut ihr? Das war mal einer raffen da. Und wo geht ihr alle hin? Und wo muss ich hin vor allem? Was? Wieso bin ich gerade... Wieso habe ich Schaden genommen? Wieso stehst du dann und gehst nicht weiter? Ich habe schon wieder Schaden genommen. Geh hier einfach rein. Kann ich nicht. Kann ich hier irgendwo hin? Ich frage mich nicht, warum ich Schaden nehme. Stehe ich bei irgendwas? Dann muss ich vielleicht hier wieder runter? Ich frage mich nicht, wenn ich ihn abknalle. Verdammt nah dran an den Biestern. Und so viele. So viele sind das. Ja. Ja. Alles klar. Dann äh. Ich wollte echt mal wissen, was passiert, wenn ich ihn abknalle. Aber die sind mir wohl doch etwas zu heftig. Also nochmal, das kannst du hier vorne hin. Ich übersehe doch schon hier irgendwas völlig blödes, triviales, sofort ersichtliches. Da oben soll ich hin. Wie komme ich denn da hin? Ah. 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 Das sieht ja auch gut aus, irgendwie. Also der böse Zauber, der äh... Wie kommst du auf die Gedanken, dass du das schaffst, wenn ich sowas vor mir sehen würde, würde ich abhauen und denken, scheiß drauf. Ich sterbe lieber in Frieden draußen bei den Stürmen. Aber... Ähm. Ne, jetzt nochmal zurück. Dieser böse Zauber der Königin hält also nicht nur die Stürme aufrecht, sondern... Ups. Ups. Oh Mann. Ja, ist ja gut. Ich hab's doch gesehen. Das Ganze nochmal. Und hält auch die ganzen Seelen dieser Kriege aufrecht, ja. Und... Geisterhaft. Oder sind die irgendwie... Leben die tatsächlich noch und sind schon in der 25. Generation und... Mindestens jeder Dritte ist sein eigener Opa, oder wie? Kann ich mir auch vorstellen. Dass sie hier Inzucht betreiben. Inzucht. Verdammte Inzucht. Mit der Glocke kann ich doch irgendwas machen. Könnte ich zumindest. Was hab ich immer dir für ein komisches Ritual... Ritual... Ausleben. Scheint irgendwas mit dieser Glocke zu tun zu haben. Na klar. Das haben sie natürlich gesehen. Und jetzt? Okay. Mach ich das gerade wirklich? Aha. Großartig. Und jetzt... Rett mir keiner mehr hinterher, oder was? Ja gut. Das kann natürlich sein. Ihr lebt ja tatsächlich noch. Ihr lebt ja tatsächlich noch. So, worauf ich denn mein Pump kann? Da. Ja, das ist, äh... Eine sinnvolle Frage. Die hab ich mir auch schon gestellt. Ratten. Da war ein Rattenvater. Echt? Ratten? Ja. Ganz dicke Fette. Geschützter Gang. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Beziehungsweise... Das heißt, müssen, machen wir hier noch irgendwas? Das ist, äh... 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 You und mich beide.